So, Tag, Tag und Doppeltag. Willkommen zu einer neuen Runde. So. Ich hab immer noch das Gefühl, auch wenn ich Shift drücke, dass die wirklich sehr langsam laufen. Ah, es ist echt wahnsinnig. Ach, da oben ist es. Bis wir da auch irgendwie hochkommen. Wo ist es denn? Ach, da drüben, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Kommt man da so hin? Nee, ne? Vielleicht hier hoch? Nee. Nee, hab ich auch nicht gedacht. Na gut. Wahrscheinlich von hier über den Turm dann links rein oder so. Denk ich auch. Noch hört man den nicht ballern, ne? Nee. Okay. So, wo ist das Nächste? Gehen wir mal runter. Wo geht's denn hier zum Nächsten? Ich seh gar nichts. Ach doch, da hinten. So, hier raus. Und dann hier lang, ne? Ja. Ich glaube, der See war auch schneller, ne? Ja. Wenn man da gelaufen ist, das war... War schon nicht ganz eh. Das ist auch kein ganz so schnelles Spiel. Ich glaube, Remnant ist einfach wirklich super schnell. Hm. Wäre mir auch lieber, wenn es noch ein bisschen schneller wäre, aber... Hm. So, wieder nachladen. Ja, wir müssen mal gucken, wenn du wieder eine Kiste ist, damit du nachlädst. Da rechts ist eine Kiste mit Menü. Ah, gut. Das stimmt, ja. Na, da haben wir doch ordentlich mal ein paar Köpfe rasiert. Ja. Ja, es sind in der Tat wirklich mehr geworden. Und das stellt man immer wieder fest, ne? Wie viel da rumliegen und... Oh. Oh. Ach, es ist zu... Es ist... Ach, hier ist es. Ah, gut. Zwischen dem Torleiten... Oh, hier gibt es noch mehr Munition. Oh, das ist gut. Bedien dich. Hm. Oh, sehr gut. Das tat richtig gut. Ja. Jetzt da lang, genau. So, ich weiß gar nicht, hast du schon die... Ah, jetzt höre ich die andere. Ja. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Hm. Doch, jetzt... Ja. Der kann wahrscheinlich nicht ins Wasser, oder? Hm. Oh. Der hat einer um meinen Kopf geschossen. Wurdest getroffen? Ja. Du hast keine Ahnung von wo, ne? Ne. Das ist echt schlecht. Weil ich hab mich so erschrocken. hast du das? Ne. Okay. Okay, ich bin tot. Ich glaube, ich hab einen gesehen, der... Der hinterm Hügel versteckt war. Mhm. Aber ich wurde hinten im... Da, wo du jetzt lang hingehst, in dem Gebäude erschossen. Ah, okay. Das ist wie Wichsen hinter der Glastür. Das ist ein ganz schlechtes Versteck. Ja. Ach, leid mal nach am besten. Danke, danke. Ich hab wieder Banner vergessen. Achso, jetzt sollte ich nicht quatschen, damit du was hörst, ne? Ich kann dich ja noch wiederbeleben, ne? Ja. Hier steht irgendwie auch kein... Keine Zeit, dass es irgendwie... Absäuft wird. Das ist irgendwie... Ja, von irgendwo da hat er mich, glaube ich, abends vor. Ja. Aber von wo schießt er denn? Der schießt von da, ja, von... Genau, aus der Richtung. Ah, ich wollte gerade abdrücken. Zu spät. Der war aber gut, also... Vorne, alter, das liebe ich ja, diese Strategie. Wirft das Feuer, man konzentriert sich aufs Feuer und dann kommt er von hinten. Ja. Schon geil. Okay, so, dann war's das mit der Runde. Ja.